Die Bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken und der Bayerische Fußballverband haben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre zukünftige Kooperation bekannt gegeben. Die Volks- und Raiffeisenbanken werden Premium-Partner des BfV und unterstützen den Fußballverband insbesondere bei den Themen Jugendfußball sowie E-Sport. Wir freuen uns mit den Volks- und Raiffeisenbanken einen tollen, einen starken Partner gewonnen zu haben, der wie wir auch in der Fläche präsent ist, ein starker Partner, der den Fußballsport unterstützt und wir damit in dieser Partnerschaft in eine gute Zukunft gehen können. Außerdem kooperieren beide Partner in Form einer Crowdfunding-Plattform, die sie Amateurvereinen zur Verfügung stellen. Als offizieller Finanzpartner werden die Volks- und Raiffeisenbanken damit die Bayerischen Fußballvereine unterstützen. Der Fußballverband ist natürlich für uns ein idealer Partner, denn er ist der Mitgliederstärkste Verband in Bayern und wir sind ja auch ein Mitglied der starken Organisation. Und die beiden Dinge jetzt zusammenzubringen, die verwurzelt in der Region, aber auch in den Städten, ist eine ideale Kombination, die für uns sehr erfolgversprechend ist. Darüber hinaus werden die Volks- und Raiffeisenbanken und der BfV gemeinsam den E-Sport-Bereich fördern und in Bayern mit verschiedenen Maßnahmen weiter ausbauen. Darüber hinaus werden die Volks- und Raiffeisenbanken und der BfV- und Raiffeisenbanken und der BfV- und Raiffeisenbanken.